Mit Fasching-Dienstag endet die Zeit des Ausgelassen-Seins. Mit Aschermittwoch beginnt die Zeit des Fastens. Ja, wer die Zuseher, meine sehr geehrten Damen und Herren, das war wieder ein Bericht. Die Zeit ist abgelaufen von BKDV. Dieser Sendung ist abgelaufen. Es hilft nichts, Robert. Das müssen wir noch einmal machen. Wie viel darf der Liter pro Preis... Da hast du mich nicht mehr.